Jetzt geht es los. Am Ende hat ihn Jebo. Der Steal von QC geht auf die andere Seite. Hat er da reichlich Gelegenheit bisher gehabt. Jetzt Yvundo, der ist nicht leicht. Und wieder gute Arbeit von Vechta in der Defense. Da ist Uwak und macht ihn rein. Yvundo und QC in Sachen Würfen hatten. Clannigan zieht zu dem Korb und macht ihn. Den Pull-Up. Dann K. Und dann der Mann, der heute Geburtstag hat. Das ist der Wurf für Ferner, normalerweise der ist sicher. Und hier Kajami Keane im Voting. Da machen wahrscheinlich viele Chemnitzer Fans mit. Gut abgelegt von Kajami Keane. Und dann ... Kajami Keane. Chemnitz ist solide, was das Dreierwerfen betrifft. Aber eben mit einem kleinen Lauf. Kann Ballverlust, Reeves all the way legt ab. Schweiger, nee. Und dann auf der anderen Seite die Leichtpunkte für Uwak. Ja, mit Autorität. Und jetzt der Abschluss für Landstown. Reeves hat sich da frei gemacht. Nächster Offensiv-Rebound. Aber dann der Druck von Gebo gegen Grünloh. Gebo vorne, Landstown zum Korbleger. Und Landstown mit 6 Punkten. Und das ist dann recht leicht, Grünloh. Und das ist dann ganz gut. Und das ist dann ganz gut. Hier nochmal. Dann die Offensiv-Rebound holen. Jebo lässt den liegen. Jebo zweiter. So kann man sich auch noch ein Offensiv-Rebound holen. Alles wieder offen hier. In Schwarz jetzt von links nach rechts. Jebo schön abgelegt. Und dann der... Und dann der... Und weg über den Scream. Den direkten Scream. Und Jebo schön freigespielt. Da ist eine ganze Menge Kontakt, würde ich mal sagen. Der Zuschauer ist dementsprechend beleidigt. Dass da hinten nicht gepfiffen wurde. Aber Chemnitz nutzt es nicht aus. Und Grünloh, ja. Das ist ein klasse Pass. Katschen zu lassen. Ja, da haben wir es ganz gut gesehen. Die Health-Defense von Grünloh. Landstown schön zum Korb gezogen. Gut verteidigt von Lockhart, guter Defender. Der Dreier von ferner aus der Ecke. Und dann ferner nicht schnell genug hinten. Garrett hat ihn da übersprintet. Das sieht kein Trainer so richtig gern. Und Garrett vorne mit dem Steal. Kajami Keane. Wieder Korbleger. Schnelle Punkte. Schneckler beginnt erst einmal wieder mit Grünloh. Und viel Bewegung. Van Beck. Jarvis Williams. Diesmal wieder erfolgreich. Und das ist super gespielt. Gehen. Der ist schwer. Aber im Abschluss natürlich dann stark. Grünloh in größten Schwierigkeiten. Und Sherry is Williams, ja. Jebo. Und zieht das Foul. Der hat ja im Grunde auch die Position des Power-Forwards gelernt. Da musst du ab und zu auch mal den Ball. Ungeahndet. Scherries Williams. Und wieder. Was da im Zweifel gelaufen wird. Gute Vorbereitung. Der Bruch aus der Ecke. Dreier passt. Für Uguac. Ducey wieder mit drauf. Und gut freigeblockt von Jebo für den Korbleger. Von Kajami King. Nächster Ziel. Lens Down. Von oben. Nach. Ich glaube, das ist sogar die höchste Führung. Es wird allerdings schwierig nachzuschauen, weil das Licht hier wieder ausgeht. Das, was den Unterschied ausmacht. Evundo für drei. Evundo. Und der wird weggeblockt von Uguac. Das war natürlich... Wollen wir es mal nicht übertreiben. Und wenn, ist es ja auch das Kampfgericht von Rasta Vechta. Und der Korb zählt. Kajami King kriegt das Foul. Ja, er kommt runter. Ducey. Hat da Platz und macht ihn. Hier nochmal die Aktion. Da rutscht Van Dijk weg. Und dann, als physisch starker Spieler, soll er ihn da nicht unter den Korb lassen. Evundo macht ihn. Garrett hätte da fast ein sehr gutes Play bekommen. Rans down. Und der Blockshot. Von Grünlo. Dritter Block für Chemnitz. Van Beck. Hat er so einen magischen Wurf drauf. Da ist er. Und trifft ihn. Der Ausgleich. Die er jetzt gerade in den letzten 1-2 Minuten gesehen hat. Ducey. Hat den Dreier frei. Und trifft den Dreier. Der Klatsch. Der Klatsch. Er ist der Mann für die wichtigen Treffer. Auch der hier ist contestet. Da kommt Uwak noch rüber. Aber gut auch in der Hilfe. Grünlo lässt ihn da nicht zum einfachen Dreier kommen. Jetzt geht er raus. Jebo. Der kann den Dreier. Und trifft den Dreier. Kevin Jebo. Eiskalt eben hat er den noch ziemlich. Ty Harrelson das besprechen. Van Beck gut verteidigt. Aber Jebo. Der Ball geht raus auf Flanagan. Der hat Van Beck vor sich. Flanagan. Zum Korb. Flanagan. 30. Gegen Van Beck. Das ist stark von Flanagan. Und die Hand von Grünlo mit raus. Der wird vielleicht von ganz weit draußen werfen. Rutscht leicht weg. Uwak. Und da ist der Wurf für Van Beck. Das ist der, der werfen soll. Und den wirft er natürlich rein. Der ist so eiskalt. Sechs Sekunden noch zu spielen. Da ist QC. QC gegen einen. QC gegen zwei. Der ist kurz. Und Chemnitz gewinnt. In Fechter. West Van Beck. Und das kommt nicht von ungefähr.